Hallo und willkommen zurück zu Borderlands mit der Filialienie und der Pummelrunde. Das sind Sordonymer und ich, der Hisho. Ich bin Sordonymer. Hallo. Du bist Sordonymer, ach krass. Ja, weil du gehüpft bist während des. Ich lauf schon mal weiter. Ich hüpfe immer. Wir laufen hier freundlich weiter. Wir sind noch auf der Suche nach Ska und dem Ba... Oh. Sag, ich hab die E-Krankheit. Das finde ich die wunderbar tolle Nachricht, dass man... Die hab ich auch. Ska ist kein Problem. Was? Ska ist kein Problem? E-Krankheit ist kein Problem. Also... Ska ist bestimmt ein Problem. Immer wieder die wunderbare Nachricht, dass man Figuren mit einem Totenschädel über dem Kopf ausweichen sollte, weil die in einem Level viel höher sind als wir. Ach was. Ja, super. Ich hab eben gesagt, diese Windmühle wäre ein Monster. Ich will nicht da runter gehen. In diesem Hügel sind lauter Löcher drin. Warte. Ich will grad... Achso, wir müssen dem Weg... Welcher Hügel? Dem Weg schfolgen. Ach, der Hügel. Ja. Ich glaub, wir müssen hier hoch. Da kann man nicht. Ja, ich wollt grad sagen, da kann man auch, glaub ich, gar nicht runter. Deswegen müssen wir hoch. Wir geben nur einen Weg. Ich hab Geld. Ah! Das ist schön. Ich hab... Ich hab... Das freut mich für dich. Ich hab... Na toll, voll daneben. Ich hab... Die Spuckis. Alter, wie lange das immer dauert. Die Spuckis. Da ist noch einer, ne? Ich wollte nur Bescheid sagen. Oh. Oh. Ach da. Oh. Jetzt nicht mehr. Okay. Sehr gut. Das ist voll lustig. Ich beobachte mich immer selbst jetzt dabei, wenn ich hier am Schießen bin, dann geh ich immer so vom Mikrofon weg, weil ich mich so nach hinten lehne, weil ich immer denke so, oh, spring mich nicht an. Das ist, glaub ich, nicht so gut. Ich find das doof, dass man diese Medikits hier nicht mitnehmen kann. Man kann ja welche kaufen, die man... Ja, aber wenn die doch hier rumliegen... Ja, das ist natürlich doof. Ja, das ist ein bisschen doof. Oh Gott, wenn ihr... Ist das bei euch auch so, wenn ihr lauft und ein anderer läuft auch, dass der so abgehackt läuft? Ja, so man läuft irgendwie in dem seinen Hintern, hab ich das Gefühl. Nee, so... So... Ich weiß nicht. Wenn... Wenn's... Also wenn ich laufe und gleichzeitig noch ein anderer läuft, dann... Dann sieht das so... Ja, dann leckt das so ein bisschen. Hm. Ist das bei euch auch so? Oder ist das nur bei mir so? Nee. Minimal. Okay. Dann... Sind das für Vögel? Vögel! Das sind Feinde! Oh mein Gott, Feinde! Wie soll man die denn treffen? Die fliegen! Keine Sorge, die kommen, glaube ich, auf uns runter. Ja, keine Sorge. Achso, die sind gestorben. Deswegen liegen die da. Und? Ah, das ist... Au! Die gehen so in... In einen Sturzfluch rein. Da sind wieder zwei runtergefallen. Okay. Hab ich den erwischt? Ich glaube schon. Der ist ja hübsch. Wenn du das sagst... In der Schritt. Komm, der ist hübsch. Ach, scheiße! Das ist ja nur ein Wunderschön. Ja, du kannst trotzdem Aua machen, ne? Ja. Da hinten ist ein... Was grün glänzendes. Yippie, grün! Es glänzt und es ist grün. Yippie! Was ist es? Dann ist das. Muss giftig sein. Oh, noch so eine Banditengedöns. Und Geld. Und? Habt ihr was verstanden? Ich hab Geld gefunden. Das hab ich verstanden. Hier laufen Viecher rum. Wollen wir die töten? Warum läufst du da unten? Wir müssen hier hoch, oder? Aber da laufen... Da sind Viecher. Ja, und? Komm hoch. Jetzt kommen die eh. Komm hoch. Komm hoch. Komm runter. Komm mal bei dem Hisho bei. Ich bin doch bei dem Hisho. Ich weiß. Ach, direkt vor mir war wieder mal einer. Ach, ja. Wie? Na, diese Spucker. Furchtbar. Boom. Oh, geil. Du lebst ja noch voll. Du lebst ja noch voll. Uh, der springt. Da ist ja noch einer. Aber das dauert immer so lange, bis sie neu geladen ist. Also, ich liebe meine Waffe ja über alles, aber die ist mega langsam. Ich kann so alle halbe Stunde mal einen Schuss abgeben. Das ist schon sehr langsam. Wie lebe ich hier denn richtig? Ja, wir sind eigentlich nicht... Ja, es gibt zwei Wege. Es gibt einer, der oben rumgeht und einer hier rum. Ach so, ja. Also, können wir jetzt hier rum? Ja, ja, wir können hier rum. Okay. Ich habe gedacht, das wäre kein Weg, aber dann habe ich gesehen, dass das einfach nur bedeutet, dass das da unter einer Brücke hergeht, sozusagen. Ah. Ja, hoffentlich ist die Brücke auch runtergelassen. Jetzt, was? Also, da hinten war ja auch eine Brücke. Aber da waren wir doch schon. Ach so, ja. Hier, wir müssen hier hoch. Ah. So. Okay. Oh, oh. Braucht jemand ein Medikit? Oh, Leute, Leute, wir sollten ganz kurz warten, bis unten mein Geschütz wieder funktioniert. Oder bis eure Spezialfähigkeiten... Tut sie. Ja. Meine Spezialfähigkeit ist da, aber die ist doof. Okay. Sollen wir hier die Kleinen? So lange? Ja, ich will... Hallo, der ist nur Level 8. Okay. Na dann. Los. Oh. Scheiße. Ach ja. Und immer auf mich. Da nicht wahr. Okay, der ist doch ein bisschen krass. Der rennt hinter mir her. Wieso? Weiß nicht. Wo ist er denn? Der frotzt ja. Komm her. Huch. Oh Gott. Au. Der hat mich hier runtergestoßen, der Sack. Ich komme. Toll. Keine Munition mehr. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott. So, guck mal. Das ist doch kein Problem hier. Wo seid ihr? Das Spiel ist schon anspruchsvoll. Ja. Nicht so einfach wie erwartet. Hä? Warte, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn doch gleich. Jetzt brauche ich keinen Arzt. Ja, geht doch. Jetzt noch du hier. Du Spucki. Oh. Oh, ich hab THs. Was war das? Ich, aus Versehen. Granate? Ich glaube, ich kann meine neue Waffe jetzt benutzen. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich aber vergessen. So. Und jetzt müssen wir noch. Ach, das Bein hast du. Ich hab das Bein. Okay. Was war das? Ey, hier oben. Ich wollte die Abkürzung nehmen, aber da sind noch welche. Also, machen wir die noch kaputt. Na, 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 na. Ich komme. Oh. Okay. Huh. Hui. Oh. Ich glaube mittlerweile, dass der Serka-Typ, der ja noch zur Auswahl stand, vielleicht gar keine schlechte Wahl gewesen ist. Die meisten Feinde kommen doch eh sowieso auf zwei Millimeter dran. Bisher. Hm. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ich guck mal gerade, was ich jetzt für eine, ähm, Munition brauche, ja? Ja, ja, klar. Hier gibt es einen BLR-Repeater und eine Hostile-SMG. Wow. Mit ganz viel, äh, wenig Schaden. Das interessiert mich nicht so. Alles voll. Will jemand die SMG? Ach so, warte mal. Ich muss mal bei meiner anderen Waffe gucken. Nö, also ich möchte sie nicht. Nimm den Repeater dann. Nimm den Repeater dann. Nimm den Repeater dann. Wollt die nicht, weil dann würde ich die verkaufen, aber... Nimm den Repeater. Ja. Ey, jetzt ist hier... Warte. Jetzt ist hier auch die Treppe nach unten. Was für ein Zufall. Ja. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ich wechsle mal kurz dann die Waffe. Ach so, tu das. Wo war die denn jetzt? Du, Seth. Da müssen wir jetzt wieder zu dem Herrn. Aber jetzt gucke ich gerade mal. Wir können ja... Also wir sind doch hier in Skegali, ne? Ja. Dann würde ich sagen, suchen wir doch noch diese Datenschreiber. Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir nicht immer... Und dann können wir ja zwei Quests abgeben. Weißt du? Das ist eine gute Idee. Voll schlau, ne? Dann müssen wir sowieso wieder ein Stück zurück, so wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, da müssen wir in die andere Richtung irgendwie für. Nee. Nee? Nee. Was war das? Ach, du bist runtergesprungen? Ja. Wo warst du das? Boah, da kommen die immer wieder raus. Das nervt ja. Solange diese auf Gieße noch nicht wiederkommen. Ja, das hast du recht. Ey! Aber das wären jetzt immer meistens diese Spucker, nicht mehr die Welpen, ne? Ja. Aber ich habe keine Munition mehr. Wie? So ein Scheiß hier. Was war das? Ah nein, da kommt jetzt schon wieder so ein Spucker. Ich habe keine Munition mehr. Nächstes Level! Yes! Da ist noch einer. Ach, da bist du. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Siehst du, jetzt bist du vor uns. Wie ist das passiert? Da spuckt einer. So, sind die jetzt alle? Wir sind alle. Ja, wir sind alle. Okay. Ich möchte gerade mal kurz gucken, was ich gekriegt habe. Sehr gut, dann level ich in der Zeit. Ja, okay. Mach das. Ja, für Leveln ist immer Zeit. Ach, ich kann mir jemanden nicht entscheiden. Mehr Schaden finde ich ja immer gut. Ah. Warte, ich möchte gucken, was ist das denn hier? Ja, ich gucke gerade auch mal. Ich habe ein kleines Medikit. Mach mal Schildkapazitäten. Mach mal die Schwierigkeit. Was ist denn das denn dann da? Hier, was war da das da? Da kann ich nicht gucken, da geht das nicht drauf. Warum geht das da nicht drauf? Egal. Ich finde diese pinke Pistole, die du hast, sehr niedlich. Stimmt. Die ist pink. Wie süß. Passt zu einem harten Kerl wie Meer. Achso. Huh, worauf schießt ihr? Da kam was. Hier. Achso. So, wo müssen wir lang? Ich glaube hier hoch, oder? Hier hoch. Also wir gehen jetzt zurück, oder? Achso, nee, da gehen wir hin. Nee, wir gehen zu dem... Ja. Gut. Na ihr? Na du? Au. Mann, immer dieses Nachladen. Hä? Komm schon. Hallo? Da stehe ich eigentlich nicht immer mittendrin. Und in das. Nein. Mittendrin, statt nur dabei. Da kommt noch einer. Ha. Höh. Wo ist denn... Ach, der ist noch da. Okay. So. Weil wir brauchen ja noch Datenschreiber 1. Der ist wohl da oben. Ja, der ist ja oben. Ha. Ha. Hi. Der meinte mal Ha. Probier's jetzt mal mit Nahkampf und so. Hallo. Mach sie alle fertig. Mist. Ich habe anstatt... Ich habe anstatt V, habe ich F gedrückt. Ah, ja. Ist ja auch fast das gleiche, ne? Ja. Ja, es ist sehr nah da dran auf... Wurstfingersyndrom, sage ich. Ja, ja. Nickfinger? Wurstfinger. Ach so. So. Ach so, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt nochmal lang? Äh. Ach so, wir müssen theoretisch... Da hoch. Müssen wir jetzt einmal wieder rum? Nee, wir müssen... Moment, wir müssen... Ja... Ich weiß, wo wir lang müssen. Gibt's ne Abkürzung? Nein, leider nicht. Einmal folgen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg da wieder hin. Yippie. Oder wieder hin? Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal waren. Nein, 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 da müssen wir gar nicht hin. Ach so, nee, wir müssen... Wir müssen hier lang. Da weißt du das. Ja, okay, wir müssen den ganzen Weg. Karte. Karte. Du bist unser Kartenleser. Finde ich. Findest du. Rennen, jetzt geht's rum. Gags. Ihhh. Ach du... Boah, wie können wir denn springen? Boah, wie können wir denn springen? Hey! Was machst du denn hier? Das steht hier nach vor dir. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Hab ein Medikin gesichtet. So. Toll, meine Munition ist nicht dabei, oder wat? Hier. Vor Schämtheit. Moment, ich bräuchte irgendwie Munition. Oh Gott. Du bringst Geschenke mit. Ja, für euch. Nur für euch. Das ist ja nett. Toll, jetzt bin ich mit den Leveln hinten, merke ich gerade. Oh Mann, okay. Warte. Warte, ich bin eben noch sehr weit vorne. So, Moment. Ich muss mal ganz kurz ein... ...ein Skill erhöhen. Brauch keiner Medi-Gel. Medi-Kid? Nö. Medi-Gel, ich bin auch bei Mass Effect. Mh, merke ich. Nimm jetzt mal die Waffe. So, äh, Moment. Ich wurde ja zum Kartenlesen auserkoren. Ja. Okay. Einfach an mir folgen. Okay. Hänge jetzt nicht mehr. Ich hab ein Hängerchen gehabt. Oh. Ah, diese Viecher wieder. Oh nein. Lauf! Eine Güte. Äh, Fliegevogel! Na toll, hat er keinen erwischt. Hm? Was denn? Ich dachte, es wäre eins von den Viechern gewesen, aber es war dein Vogel, der da rum eskalierte. Ja, der ist ein bisschen zu spät losgeschickt worden von mir. So. Hm. Wer liegt denn nicht? Mehr gibt's nicht? Was? Betrug. Hier, da. Doch, da ist noch was. Ich hab den Abgang hier irgendwie nicht bekommen. Den schießt du. Hier unten war noch so eine Welpen. Ja, da kommen auch wieder neue. Ihr solltet hier noch. Ach so. Okay. Aber der war gerade da. Ja. Der hat uns angelächelt. Ja. Ist ja durchaus jetzt nicht verkehrt. Ach, hier runter müssen wir? Genau, hier runter. Aber da kommen ja eh die Nächsten. Hä? Da war einer. Ah, da kommt der Nächste. Okay. Da ist noch eine. Wenn man irgendwann weiß, wo die rauskommen, kann man sich da drauf vorstellen und farmen, glaube ich. Das ist eine super Idee. Kann ich nix nehmen? Nö. So, Moment. So, lang jetzt. Kragenlaser. Hier über diesen, äh, über diesen Wegsteg. Ah, da. Wegsteg? Wegsteg. Na, kommt der. Ja, wie ist da denn? Ja, wie ist denn das? Hems. Hems. Was ist das? Was war das? Was war was? War es halt irgendwie eine Figur oder was? Habe ich? Ich habe nur einfach, ich habe Geld, ne, ich habe Geld gesehen, das habe ich eingesammelt. Huch. Huch, da lebt noch einer. Falsch. Ich drücke immer F anstatt V. Ich auch. Ich drücke immer F anstatt irgendwas an. Du musst mit der Maus schießen, das weißt du schon. Achso, achso. Ach, Sniper Rifle, Sniper Rifle, Sniper Rifle, Sniper. Warte, ich will gerade gucken, ob ich, was habe ich aufgehoben? Ich habe nichts aufgehoben. Ich muss auch gerade mal gucken. Ich habe was gefunden. Ah. Sehr schön, den können wir jetzt auch abliefern. Ich weiß nur nicht an wen, aber können wir trotzdem... Hier ist Sniper Filia, Violent, Violent MG, äh, SMG. Gibt es dann aber keine Sniper Munition hier, oder was? Also Violent MG? Unverschämtheit. Ne, das ist eine SMG. Naja, nehme ich auch. Aber die ist schlechter als meine. Moment. Ich nehme die auch gerne. Ja, dann nehmen sie. Gut. So, haben wir noch was? Oh, guck mal hier, dieses Dingsbums hier. Guck mal. Oh, du bist du. Das ist ein Schädel. Ein Dingsbums. Ein Dingsbums-Schädel ist das. Das sind die prähistorischen Skats. Ne, ich glaube, das war ein Lebender, bloß etwas größer. Gut, dass wir den hier nicht treffen. So. So, hier ist noch Geld. Mit der hat man halt eine schnellere Schießgeschwindigkeit. Aber mit der hat man mehr Schaden, ist halt die Frage, ne? Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz... Plus 10% Feuerrate. Ach so, da unten steht immer das, was der Unterschied zu dem hier ist? Ne. Ja, wenn der Pfeil rot ist und nach unten geht. Da unter... Und bei den Waffen steht ja da drunter, nach dem Schaden, Zielgenauigkeit, Feuerrate. Steht immer plus so und so viel Feuerrate, plus so und so viel blä blä blä. Ja. Nein, ich nehme mich trotzdem die hier. Okay, wir können weitermachen. Mal die schön die Aussicht genießen. Ach so, die Folge ist zu Ende. Ich glaube, wir könnten hier das verkürzen, indem wir hier einfach runterspringen, oder? Die Folge ist zu Ende. Hä? Die Folge ist zu Ende. Ja, ich glaube auch, die Folge ist zu Ende. Dann springen wir hier gleich runter. Ich weiß es sogar ziemlich genau. Also, denn das nächste Mal meine ich. Genau. So. Und, äh, ja. Und damit machen wir hier mit einer schönen Aussicht auf ein Tal voller komischer, springender, Weißener, Köterviecher, Leichen, machen wir hier für heute Schluss. Ja, in diesem Sinne. Tschö. Tschö.